Hey Leute, ich wollte euch nur sagen, 2024 kommt meine neue Show auf Amazon Prime und ich würde euch gerne das Studio zeigen, das richtig geil ist, aber ich darf nicht. Aber bald zeige ich es euch. Ich wollte es nur mal verkünden. Jetzt wisst ihr es und sobald ich mehr weiß, jetzt melde ich mich. Bis bald. 2024!